10 erstaunliche Vorteile von Alpha Liponsäure für ihre Gesundheit. Diese kraftvolle Verbindung hat das Potenzial, ihr Wohlbefinden erheblich zu verbessern. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, um mehr über die beeindruckenden Vorteile von Alpha Liponsäure zu erfahren. Unsere Nerven leiten elektrische Signale vom Gehirn und Rückenmark an verschiedene Körperteile weiter und steuern so ziemlich alles, was wir tun. Diese Signale sind entscheidend für unsere täglichen Aktivitäten und unser allgemeines Wohlbefinden. Leider leiden viele Menschen unter Neuropathie, auch bekannt als Nervenschädigung. Diese Erkrankung kann erhebliche Schmerzen und Unbehagen verursachen und die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Zum Glück gibt es natürliche Verbindungen wie Alpha Liponsäure, die zur Behandlung von Nervenschäden eingesetzt werden können. Diese Verbindungen kommen in Lebensmitteln wie Spinat, Brokkoli und Organfleisch vor. Unser Körper produziert dieses Antioxidant in geringen Mengen, aber man kann es auch als Ergänzung einnehmen. Nahrungsergänzungsmittel können helfen, den Bedarf zu decken und die Gesundheit zu fördern. Schauen wir uns nun die zehn gesundheitlichen Vorteile von Alpha Liponsäure genauer an. Diese Vorteile sind durch wissenschaftliche Forschung gut belegt und können einen großen Unterschied in ihrem Leben machen. Alpha Liponsäure ist eines der besten Nahrungsergänzungsmittel zur Behandlung bestehender Nervenschäden. Es ist bekannt für seine starken antioxidativen Eigenschaften, die helfen, die Zellen vor weiteren Schäden zu schützen. Es hilft, oxidative Schäden an Nervenzellen zu reduzieren und kann Symptome wie Taubheitsgefühl kribbeln oder Schmerzen lindern. Diese Symptome sind oft das Ergebnis von Nervenschäden, die durch verschiedene Ursachen wie Diabetes oder Verletzungen entstehen können. Studien haben gezeigt, dass Alpha Liponsäure bei der Behandlung der Diabetischen Neuropathie wirksam ist. Diese Studien belegen, dass regelmäßige Einnahme die Lebensqualität der Betroffenen erheblich verbessern kann. Es verbessert die Durchblutung der Nerven, was die Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff verbessert. Eine bessere Durchblutung bedeutet, dass die Nerven besser regenerieren und ihre Funktion wiederherstellen können. Darüber hinaus trägt es dazu bei, die Mühlinscheide zu regenerieren. Eine schützende Hülle, die die Nervenzellen umgibt. Eine intakte Mühlinscheide ist entscheidend für die schnelle und effiziente Übertragung von Nervenimpulsen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, ob es das Richtige für Sie ist. Ihr Arzt kann Ihnen helfen, die richtige Dosierung und Anwendung zu bestimmen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Alpha Liponsäure kann helfen, Diabetes vorzubeugen, indem es den Mitochondrien in ihren Zellen hilft, Energie aus Zucker zu gewinnen. Studien haben gezeigt, dass Alpha Liponsäure die Insulinsensitivität bei Menschen mit Typ 2 Diabetes verbessern kann. Es kann auch dazu beitragen, Schäden an den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse zu verhindern. Obwohl weitere Forschung notwendig ist, deuten die bisherigen Erkenntnisse darauf hin, dass Alpha Liponsäure ein vielversprechendes Nahrungsergänzungsmittel zur Vorbeugung und Behandlung von Diabetes sein könnte. Alpha Liponsäure spielt eine Schlüsselrolle im Energiestoffwechsel, insbesondere bei der Umwandlung von Glucose in Energie. Es fungiert als Koenzym in den Mitochondrien und unterstützt die Energiegewinnung aus Glucose. Durch die Verbesserung der Mitochondrienfunktion kann Alpha Liponsäure den Stoffwechsel ankurbeln. Es wurde gezeigt, dass Alpha Liponsäure die Insulinsensitivität verbessert, was für die Regulierung des Blutzuckerspiegels entscheidend ist. Durch die Verbesserung der Insulinsensitivität kann Alpha Liponsäure zur Normalisierung des Blutzuckerspiegels beitragen. Dies kann zu einer verbesserten Gewichtskontrolle und einem gesteigerten Energieniveau führen. Alpha Liponsäure kann die Blut-Hirn-Schranke überwinden und schützt die Gehirnzellen vor Schäden durch freie Radikale. Studien haben gezeigt, dass Alpha Liponsäure die kognitiven Funktionen verbessern und neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer entgegenwirken kann. Es reduziert oxidativen Stress im Gehirn und schützt die Neuronen. Alpha Liponsäure verbessert auch die Durchblutung des Gehirns, was die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen erhöht. Dies ist wichtig für eine optimale Gehirnfunktion. Alpha Liponsäure kann dazu beitragen, die Gesundheit und Vitalität des Gehirns zu erhalten. Viele Fischsorten sind mit Quecksilber belastet, aber Alpha Liponsäure unterstützt die Leber bei der Entgiftung von Schwermetallen. Quecksilber ist hochgiftig und kann verschiedene Gesundheitsprobleme verursachen. Alpha Liponsäure fördert die Ausscheidung von Quecksilber aus dem Körper. Es wirkt als Chelator, der Schwermetalle bindet und ihre Ausscheidung erleichtert. Studien haben gezeigt, dass Alpha Liponsäure die Quecksilberwerte im Blut und Gewebe senken kann. Dies kann dazu beitragen, die Belastung des Körpers durch Giftstoffe zu reduzieren. Die Leber ist eines der wichtigsten Organe in unserem Körper und erfüllt über 500 Aufgaben. Alpha Liponsäure hilft der Leber, Glutathion zu produzieren, das wichtigste körpereigene Antioxidans, das bei der Entgiftung hilft. Glutathion neutralisiert Giftstoffe und freie Radikale, die die Leber schädigen können. Alpha Liponsäure erhöht den Glutathionspiegel in der Leber und verbessert so ihre Entgiftungsleistung. Studien haben gezeigt, dass Alpha Liponsäure die Leber vor Schäden durch Giftstoffe schützt. Es kann auch die Leberfunktion bei Lebererkrankungen verbessern. Alpha Liponsäure besitzt entzündungshemmende Eigenschaften, die helfen, Schwellungen und Flüssigkeitsansammlungen zu reduzieren. Chronische Entzündungen können zu verschiedenen Gesundheitsproblemen beitragen. Alpha Liponsäure hemmt die Produktion von entzündungsfördernden Botenstoffen, den sogenannten Zytokinen. Studien haben gezeigt, dass Alpha Liponsäure Entzündungsmarker im Körper reduzieren kann. Dies kann das Risiko für chronische Krankheiten senken. Alpha Liponsäure stärkt außerdem das Immunsystem. Alpha Liponsäure hilft, Entzündungen in den Arterien zu reduzieren, bevor diese durch Kalkablagerungen und Cholesterin verstopfen. Antioxidantien tragen dazu bei, das Risiko von Herzerkrankungen zu verringern. Entzündungen spielen eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von Herzerkrankungen. Alpha Liponsäure reduziert Entzündungen in den Arterien und verbessert so die Herzkreislaufgesundheit. Es reduziert oxidativen Stress, der Entzündungen in den Arterien verursacht. Studien haben gezeigt, dass Alpha Liponsäure die Funktion der Gefäßinnenwand des sogenannten Endothels verbessern kann. Studien deuten darauf hin, dass Alpha Liponsäure das Wachstum von Krebszellen hemmen kann. Es unterstützt die Mitochondrien dabei, richtig zu funktionieren. Alpha Liponsäure hat in Labor- und Tierversuchen Antikrebseigenschaften gezeigt. Es hemmt das Wachstum und die Ausbreitung von Krebszellen und fördert den Zelltod von Krebszellen. Alpha Liponsäure kann die Empfindlichkeit von Krebszellen gegenüber Chemotherapie und Strahlentherapie erhöhen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Alpha Liponsäure nicht als Ersatz für eine konventionelle Krebsbehandlung verwendet werden sollte. Alpha Liponsäure trägt dazu bei, die Auswirkungen des Alterns zu reduzieren, indem es vor oxidativem Stress und inneren Belastungen schützt. Es schützt die Augen und die Netzhaut vor Alterung und sorgt für eine strahlende jugendliche Haut. Alpha Liponsäure hat Anti-Aging-Effekte durch seine antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften. Es verbessert die mitochondriale Funktion, die mit zunehmendem Alter nachlässt. Studien haben gezeigt, dass Alpha Liponsäure die Hautelastizität verbessert und das Auftreten von Falten reduziert. Es schützt die Haut vor Schäden durch UV-Strahlung. Alpha Liponsäure ist ein starkes Antioxidant, das eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen bietet. Es kann zur Behandlung von Nervenschäden, zur Vorbeugung von Diabetes, zur Unterstützung des Stoffwechsels, zur Verhinderung von Gedächtnisverlust, zur Entfernung von Quecksilber, zur Unterstützung der Leber, zur Reduzierung von Entzündungen, zur Vorbeugung des Wachstums von Krebszellen und zur Reduzierung der Auswirkungen des Alterns eingesetzt werden. Wir sind gespannt darauf, von Ihnen zu hören, welche dieser Anwendungen bei Ihnen Anklang finden. Haben Sie bereits Erfahrungen mit Alpha Liponsäure gemacht? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Ihre Rückmeldungen sind uns sehr wichtig. Bis zum nächsten Mal auf Ihrer Reise mit uns. Bleiben Sie gesund und informiert.